Hallo, guten Tag. Heute zeige ich Ihnen unsere Hub-Kolben-Motors. Und jetzt zuerst machen wir den Stammes 1. Sie können schauen Sie. Diese Hub-Langer von dieser Hub-Kolben-Motor ist 50 mm. Und für diese Hub-Kolben-Motor brauchen sie mindestens 12 Spannungs und 5 Power-Adaptor Blutens. Sie können schauen, ob alle anderen zu berühren. Wie diese Hütale Hägglers und diese Funkversteuerung und so weiter. Und Sie können schauen Sie. Sie können automatisch hin und zurückfahren. Wir machen ihn für die Webseite schauen Sie. Danke für Ihre schauen Sie.